Die Gatz ist nicht allein zum Schlafen da. Shit, ich wusste es doch, wir sind jetzt erstmal in diesen Maschinenkram gekommen hier. Und es hört sich an, als wäre hier schon wieder jemand unterwegs. So, irgendwie am Start quasi. Okay, aber da bin ich jetzt alleine miteinander. Josh Dalton, irgendwo da draußen in der Gatz. Da kommen wir her. Wo wollen wir hin? Irgendwo, wo es zur Gatz geht. Lass mal gucken. Bla 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 bla, bla bla bla. Forschungsebene, Vorstandsebene, aha. Aha. Im Frachttunnel. Okay. Das checke ich ja jetzt im Moment nicht so ganz. Aber kein Ding, kein Ding, kein Ding. Lass uns mal runterjudeln. Eventuell mal eins, zwei Dinge recyceln, weil wir haben ein bisschen was an Bord. Na, geh. 23, drei. 13, okay. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas irgendwie ohne? Nee, eigentlich nicht. Gut, okay. Recycling, please. Das ist schon hübsch gemacht. Ja, wir sind irgendwo von da oben gekommen, ne? Wir müssen in die Vorstandsebene. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf einen anderen Bereich umschwenken, sag ich jetzt mal. Das ist hier das Schuttledock. Wir sind aber, ich kann mich daran entsinnen, hier bei dieses Thermo, Thermofiech. Thermoflage. Ja, genau. Das sieht gut aus. Das sieht so richtig gut aus. Dann sind wir jetzt gleich wieder in der Gutz. Micro Gravitation entdeckt. Wie auch immer. So, in welche Richtung müssen wir? Halt. In die Richtung. 400 Meter. Meine Damen und Herren. Wunderschönes Wetter hier bei uns in der Gutz. Ich hoffe, Sie machen sich nicht in der Butz. Aber, ich ist halt so in der Gutz. Ne, guck mal, der ist auch gar nicht... Ui, das war knapp. Der ist auch gar nicht so weit entfernt. Witzigerweise Vorstandsetage, das verstehe ich nicht so ganz. Oh. Zystoiden-Nester. Wow, was war das? Ja, ein paar Zystoiden, würde ich sagen. Ui, 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 ui. Stop it. Jetzt haben wir da drüber noch einen Teloschnat. Wo ist denn der? Wo ist der Telopat? Keine neuen Daten. Okay. Wo ist der Telopat? Wurde mir nur gerade angezeigt. Da drüben. Das ist er bestimmt. Da, dieser Klumpen. Da, dieser schwatte Telopaten-Klumpen. Muss aufpassen, sonst haut mir jetzt gleich so ein Auto, so ein Ding vorm Kopf. Ui, da war das eine schon. Wisst ihr was? Wir kümmern uns gar nicht um den Telopaten. Wir schuggeln jetzt hier durch. Ich meine, klar, wäre schon interessant zu wissen, ob der... Ah, keine neuen Daten. Damit ist meine Frage beantwortet. Und wir geben hier mal ein bisschen Gummi, bevor das nächste Auto wiederkommt. Interessant ist ja auch hier... Ja, der schlechte Ausblick. Oh. Easy going, alter Mann. Knapp. So, und da vorne hängt der alte Josh rum. Da wollen wir den doch mal ein bisschen... Oh, Mist. Oh, Mist. Überall Radioaktivität. Fuck. Und hier hat auch gerade noch irgendwie irgendwer... Der ist aber in Ordnung. Der ist in Ordnung. Den können wir nutzen. Komm mal her, Kollege. Komm mal rüber hier. Wer ist meine Anti-Red? So. Radioaktivität erst mal wieder bekämpft. Oder vorerst. Und das wäre ein Techniker. Das hieße, der würde eigentlich unsere Psi. Aber die ist ja voll aufgeblasen hier. Ah, Technik also doch alles klar. So. Ja, vielen Dank. Soll ich auch irgendwie so ein Formular ausfüllen? Warte mal, ich mach mal eben gerade. So. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo geht's hier hin? Psychotronics und Maintenance Tunnel. Okay. Hab ich natürlich nie mehr gerade. So. Ja, sowas lernt man beim Alexander Gerst auf der ISS, wie man sowas wieder gerade macht. Ohne Scherz. Das funktioniert wirklich. So. Ist das abgefahren, Freunde? Ist das abgefahren? So, 23 Meter. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Oh, hier haben wir ein Nullwellending. Äh, so ein, ihr wisst schon. Kuhstrahl, genau. Ein Kuhstrahl. Der macht immer... Okay. Blöder Witz aber. Da ist der Josch. Wir haben eine Zugangskarte und Blackbox-Labor. Cool. Was zum Teufel sei das? Ich hab eine Sicherheitsanfrage über... Gar nicht lustig, Arschloch. Die Lorbeeren für meinen Entwurf einzuheimsen ist nicht lustig. Darum geht es hier? Ich bin der Vorgesetzte bei diesem Blackbox-Projekt, Josh. So läuft das hier. Wären Sie nicht so ein schlechter Teamplayer, würden Sie das verstehen. Ach, übrigens, ich musste einige Ihrer Berechnungen korrigieren, damit... Ernsthaft? Sie zeichnen das auf? Ist das hier ein verdeckter Einsatz, Josh? Werden Sie mich jetzt festnehmen und einsperren? Sie sind erbärmlich. Ich bin hier fertig. Josh, was tun Sie da? Mal sehen, wie gut meine Berechnungen sind. Ich schwöre bei Gott, wenn Sie die nicht runternehmen, reiß ich Sie Ihnen aus den Händen. Hörp, Josh! Hat er etwa an seinem Kollegen den Muwellen ausprobiert, oder was? Was ist denn das für ein Freak gewesen, der Josh? Warte mal ab, Josh, bis ich dich finde, du. So, mehrere Ziele, 114 Meter. Sonst ist ja hier auch nicht viel. Ich finde das so geil verwirrend hier mit dieser Safety-Plattform. Auf der man hier so stehen kann, hat man sogar ein Geländer. Aber man hat ja hier gar keine Gravitation. Also so da, ja? Okay, ich... Warte mal, wo war das? Da hinten, ne? Biegen wir hier mal ab. Und dann schauen wir mal, was das so bringt, ne? Jetzt haben wir hier... Das ist doch der Technik-Operator von eben, oder? Können wir auch gerne nochmal hier drüben reinschauen. Bin ich immer für zu haben. So, in dem Fracht-Container da drüben scheint nicht mehr so viel vorhanden zu sein, wie es mal war. Alte Fracht eben, nicht wahr? So. Mal schön alles einsammeln, was wir hier so finden. Und vielleicht... Gibt's ja noch was. Gut. Wo sind die mehreren Ziele? Also Aboretum und so und bla bla bla. Und dann... Aha. Jo, dann knurzeln wir doch mal hier rein. Gar kein Ding, ey. Wow. Da kommen wir, glaube ich, eh nicht weiter. Aboretum. Ich bin schon mal ganz froh, dass die ganzen Viecher... Die ganzen Viecher hier, die die Wachen auch ein bisschen platt gemacht haben. Sieht sehr komisch aus, ne? Wie so eine mutierte Weinbergschnecke oder so. Äh, ja, das sieht hier die ganzen... Die ganzen Wachen auch so ein bisschen weggeballert. Okay, dann gehören wir mal wieder ins Aboretum. Ich glaube, da kommen wir dann auch weiter mit unserem Hauptquest. Na, schauen wir aber mal. Dumdidum Aboretum. Okay. Hm, wie viel haben wir denn zum Recyceln? Na, sogar eine ganze Kuhknarre. Wir haben 80 Schuss von... Was ist das? 9 Millimeter. Schrott haben wir 47. Ach, ja, 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 ja. Naja, komm, wir brauchen eh immer Materialien, also. Weg damit, weg damit, weg damit. Mal kurz zum Checken. 75 kW, bla bla, 30 kW, alles klar. Recyceln. Wiev, bamm, 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 bamm. Zack. Haben wir. Läuft. So, auch schon alles durch. Sehr schön. Wir haben neue Zugangskarten bekommen. Terminal, 130 Meter. Achso, da soll ich das überspielen. Alex Tresor. Ging der schon immer da? Das war doch sonst leer, oder? Ich suche das Blackbox Labor. Das wäre unser nächster Street wäre das Blackbox Labor, denke ich mal. Mark Sellers. Peter Sellers kenne ich. Was ist denn hier? Tür zur Verladebucht. Energieversorgung abschalten. Nö, das... Die lassen wir mal schön. Und wir sollten hier echt auf alles gefasst sein. Voll die trügerische Mucke. Ah, aber so komplett komplett die trügerische Musik. Achso, okay. Ja, ich sag da gerade, wenn ich da irgendwie so eine Lüftung schaffe, dann denke ich natürlich mal direkt. Ach, dann müssen wir über die Lobby gehen, ja, für das Blackbox. Oder wie sehe ich das hier? Terminal. Oder... Wie sieht das aus? Luke Terminal. Ja, 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 ja. Ich glaube aber eher über die Lobby. Ja, durchsuchen das Blackbox Labor. Lobby. Okay, dann machen wir das mal. Achso, wir müssen erstmal hier durch. Tür auf. Durch. Yeah. Steigt aus dem Aufzug. Hat erstmal die die dicken Knüppel in der Hand. So. Und nun? Wo ist das Blackbox Labor? Da war gerade was. Da. Irgendwie. Wir gehen mal einen Schritt. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Achso. Ah ja. Mehrere Ziele. Pass auf, wie machen wir das so? Ziele. Blackbox Labor. Da. Im Maschinenlabor. Okay. Natürlich jetzt super. Zapp, Lobby. Da müssen wir noch mit dem Hauptaufzug, denke ich mal, fahren. rein, das ist so cool, rein. Lobby. Was? Blackbox. Maschinenlabor. Maschinenlabor befindet sich eigentlich vom direkten Zugang dahin. Warum sollte ich ins Arboretum? In die Lobby? Achso. Ich muss in die Lobby, aber ich bin doch eigentlich in der Lobby, oder? Nee, bin ich nicht. Okay, alles klar. Bitte warten. Ja, jeder Computernutzer kennt das wohl. Zur Genüge. Bitte warten. Ja, natürlich. Wollen wir mal. Ja, ja. So, Familie Frosch stimmt mir da komplett zu. Raus. Raus ist auch so cool. Rein und raus. So, mehrere Ziele. Blackbox, Blackbox. Wo bist denn du? Ach nee, jetzt müssen wir erstmal von hier aus zum Maschinenraum, ne? Shuttle Dog. Maschinenraum, sag ich immer. Maschinenlabor. Müssen wir auf Ebene 3. Haben wir hier einen Aufzug? Shuttle Bay. Ah, ich kann's nicht lassen, aber ich muss immer mal wieder an möglichen Zielen vorbei. Also, manchmal haben die ja noch was für einen. Das meine ich mit Zielen. Ähm, okay, erstmal da hoch, ne? Ebene 2 müssen wir. Ähm, ja, Neuromod. Ich glaube, hier geht's zur Neuromod-Abteilung. Jo, ich bin hier so toll. Aber wir müssen noch eine Ebene höher. Dein Büro. Ja, 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 ja. Mein Büro. Dein Büro. Büro macht uns alle froh. So. Ja, ich hab auch irgendwie einen Clown heute gefrühstückt, nehme ich mal an. Irgend so was mag dabei gewesen sein. Komm ich nicht durch. Bla, bla. Muss ich also außenrum irgendwie. Aber ich glaube, es gab hier auch irgendwo eine Luke. Bin mir im Moment jetzt nicht sicher. Was gab ein Weg? Also, die sind da reingehüpft. Dann haben wir diesen Raum durchsucht. Okay. Pusher, Pusher, Pusher. Puh, 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 sind von hier gekommen. Zap, Ich würde gerne hier rauskommen, aber dann müssen wir halt hier quer durch. Was soll's. Machen wir ja häufiger. Gehen wir auf der anderen Seite hoch, wenn das da geht. Eventuell hier unten als Shuttle Bay. Security. So, war klar. Und nicht so'n Krach. Die hier nehmen wir. Das prädestiniert für welche kleinen Viecher. 9mm Padrone. So, hier bin ich aber auch schon mal irgendwie reingekommen. Sieht man ja. Höchstwahrscheinlich hinten rum. Über die Puschen da und hier rein. Da haben wir nämlich auch einen Recycler. Hier war die IT-Sicherheit. Na gut, egal was wir machen, wir müssen in die Etage höher. Trotzdem können wir hier nochmal kurz reinschauen. Ah ja, 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 okay. So, weg damit. Gut. Dann da reingekommen sind wir über Brustung. Wisst ihr, was ich meine? Und dann Okay. Hier drüben dürfte eigentlich unser Büro gewesen sein. Da drüben die Türe ging gerade. Habt ihr gesehen? So, links herum drehen, gerade durchgehen. Also hier. Oder was? Jo. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. So, Sullivan Bellamy. Ein Luxusquartier. Hier haben wir unser... Morgan, ich hab noch mehr Vorräte aufgetrieben. Greifen Sie zu. Keine falsche Bescheidenheit. Haben die auch nicht. Ey, du bist ja... Das finde ich jetzt... Mit anderen Fabrikatorplänen lief es nicht so gut. Aber ich habe an einem Psychoskop-Chip-Satz gearbeitet. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie ihn verwenden könnten. Cool. Ja, Logo. Wo hast du den? Gib mal rüber. Reich mal rüber, den Kram. Wo habt ihr denn den Stuff-Freunde? Mhm. Ja, äh. Ich bin autonom als ein gewöhnlicher Operator. Der Inhalt des Videos ist heikel. Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen. Nehme ich an. Soll das ein Witz sein? Wohnung aussieht. Schwangen die auch noch an, hier über meine Ordnung zu reden? Also, ich bin ja gar nicht sehr froh, dass ich euch gerettet habe. Ein bisschen Dankbarkeit. So, komm, lass mal recyceln, ja. Was meint der denn für einen Chipsatz? Gib mir den. Auf jeden Fall besser als die Frachtkiste. Aber ich schätze, wir stecken immer noch fest. Ja, stecken wir. Ich hab aber, äh, Zugang zum, 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 zum Rettungskapseln, Freunde. Haben Sie schon einen Weg gefunden, die Station zu verlassen? Nein, nicht wirklich. Sonst wär ich schon weg. Nein, nicht, äh, wär ich natürlich nicht. Oh, wir haben nur siebenmal diesen Metallkram. Jetzt lass mal gucken. Korallendetektor, ja gut, alles klar. Oder meinte der damit, wir haben jetzt einen Slot frei. Äh, Inventar, Chipsätze, Psychoskop, nee. Was haben wir denn hier neu? Oh, einiges. Elektrostatikverstärker. Ohohoho. Den haben wir denn wohl gerade mit dazu bekommen, denke ich mal, ne? Verstärktschein von elektrostatischem Impuls, verringert die Psy-Kosten, verneint Resistenz gegen Psychoschock. Das ist gar nicht mal so übel. Du hast ne Chance, deine Psy-Kraft kostenlos einzusetzen. Ziemlich geile Geschichten, die wir hier haben. Für mich gleich Bewusstsein, schon immer eher Musik als Berechnungen. Schön. Was das aber alles irgendwie zusammenhängt, Mathematik, Musik, Farblehre, dass also Kreativität ganz nah, oder besser gesagt, dass Mathematik ein Bestandteil jeglicher Kreativität ist, könnte ja wohl durchaus denkbar sein. Oh, 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 Scheibenkleister. Da kommt der alte Sack hier um die Ecke. Der wird mit der alten Essen direkt zystoidisiert. Herr Doktor, ich hab Zystoiden. Ja, die hätte ich auch gern. So, jetzt lass mal gucken. Scheibenkleister, Freunde. Was blinkert eigentlich? Achso, das ist dieses Zeug da. Aber es geht mir schon lange auf den Nerv, dass es da so blinkert. Naja, nicht wirklich. Weil es eher ein Scherz. So, da hinten müssen wir raus. Ich lass die Glukanone mal im Anschlag. Man weiß ja nie. Okay. Ja. Alles klar. Können wir das dann wieder zur Seite tun. Sollen wir den reparieren? Ja gut, das hilft uns immer in irgendeiner Art und Weise. So, mehrere Ziele. Ich frag mich, was passiert, wenn ich das hier wegknorzel? Ob dann hier wieder irgendwelche Rohre aufbrechen oder so? Eigentlich egal. Komm, ab ins Maschinenlabor. So, durchsuche die Black Box. Werden wir tun. Auf die eine oder andere Weise. Dü, 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 oder so? Hieran habe ich aber wirklich nur sehr schwache Erinnerungen. Ich glaube, hier waren wir auch nur in einer Runde irgendwie. Da ist eine Luke und da hinten ist die Black Box. Also beides in derselben Richtung und ähnlich weit voneinander, also ähnlich entfernt von uns. Oder in einer ähnlichen Entfernung. Oh, hier können wir nochmal, oh ja, lass uns nochmal gucken. da oben da bewegt sich was. Da unten auch. Okay, schön. Wunderbar. Wo komme ich jetzt hier auch wieder weg? Danke. Der Reforming Mars. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen die NSA, aber nein, es war natürlich die NASA, also die NASA. Die hat klipp und klar gesagt, also pff, Leute, das so wirklich irgendwie jetzt Terraforming auf Mars, das dauert noch ein bisschen. Das wird so schnell nicht möglich sein. Verteilerkasten. Das steht dann immer da, wenn wir die repariert haben, denke ich mal. Ah ja, 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 hier war ja Vorführraum und so, hier hatten wir auch noch gar nicht genug Rucksackgröße, um alles mögliche mitzunehmen. Was wir denn natürlich wieder gebrauchen können, ne? Ja, ich bin mittlerweile sehr misstrauisch, was hier so die ganze Geschichte angeht und gucke mich natürlich direkt erstmal um nach irgendwelchen anderen Wegen. Hier wüsste ich schon, was ich meine. Yeah! Warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir direkt regeln. Ich glaube, das findet er jetzt nicht so toll. Dann können wir ihm eigentlich direkt noch psychisch einen reinwirken. Gut, das Galvanik-Phantom hat jetzt schon gut einen auf den Sack gekriegt. Wie gesagt, fiese Mimik noch nicht. So, das haben wir. läuft. Okay, was haben wir hier noch? Ach du, das können wir anders machen. Wir brauchen e-medizinische Hilfe, aber der, der hilft uns ja da nicht. Der, äh, der kämpft ja jetzt nur für uns. Der hat ja kein Interesse daran, uns zu helfen, oder? Ne. Der ist korrumpiert. So, hier drin war auch nichts mehr, ne? Obwohl wir ja wenig Platz hatten. müssen wir noch irgendwelche Mannschaftsmitglieder ausfindig machen. Wo wir gerade mal hier, ja, also ich meine, das könnte man natürlich auch mal probieren, ne? Aber meistens waren die Karten ja nicht bei denen, sondern auf deren Rechner. So, da wollte ich gar nicht hin. Wie hin wollte ich eigentlich? Da hin. So, unbekannt. Pam, 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 pam. Das sind die sechs Ableitepunkte. Blackbox-Projekte, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Hm? Datenzentrale werden wir auch noch beerdigen irgendwie. Töte den falschen Koch, den würde ich natürlich sofort gerne direkt. Zack. Ich, 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 Hm, hm. Ja gut, klar, hier, der falsche Koch ist eigentlich der entfluhende Volontär V01065537. Ich kann seinen Weg mit der Sicherheitsstation in den Volontärsquartieren der Neumat-Abteilung nachverfolgen. Bu, 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 bu. Wir sind aber gerade nicht in den, äh, Neuromod-Dingern, aber das macht nichts. Wir waren ja schon in den Volontärs, äh, ne? Und wir müssen sowieso nochmal hier Datenzentrale Volontärarchive. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben, weil wir waren ja da. So, Blackbox haben wir ja, gemischte Signale, Blödsinn, Fluchtversuch. Das habe ich auch noch nicht so ganz begriffen, wo das sein soll, ne? Gut. Suche alle Dinge, machen wir später. Alles klar. Keine, 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 kein Personal mehr zum Tracken. Dann brauchen wir hier auch gar nicht dran. Öh, ich will doch nicht die hier wegstecken. steige auf, oh. Ah, der ist immer noch freundlich, ich dachte gerade. Aha. Wow, jetzt aber nicht mehr. Machen wir die Tür auf. Okay, so. Damit er uns wenigstens noch so ein bisschen in Ruhe lässt, ne, oder? So, Blackbox-Projekt. Quatsch kommt raus hier. Oh, jetzt würde ich mich in eine Tasse verwandeln. Das muss jetzt nicht direkt sein, wisst ihr? Nehmen wir mal direkt die stärkste Bombe, die wir haben, falls hier irgendwas auf uns hier niederregnet. Mehrere Zylachter oben. Was bist denn du für einer? Mehrere Zystoiden. Der ist da unten wehbar. Ich hoffe einfach mal, wir kommen hier so durch. Wo haben wir denn blöde Blackbox-Angelegenheit? 32 Meter. Ist er da drüben vorbei? Kann das sein? Okay, wir können hier entriegeln. So. Jetzt bist du it. Der kann mal da bleiben, wo er ist. Oder wollen wir eine Kugel verschwenden? Ah, komm. So. Was haben wir da drüben gehabt? Ja, es ist nur Optik, ne? Ja. Oh, da drüben liegt noch jemand. Amy Schmidt. Haha. Ja. Schmitze-Kater. Zap. So, Freunde. Wir sind im Ballistik-Labor. Ich hab keinen Plan, ob wir da vorher schon mal waren. Mist. Wir haben keinen Code für den Tresor im Ballistik-Labor. Das find ich ganz schön schade. Was? Ach so. Es war wieder diese Überlagerung von zwei mehr oder weniger sogenannten Hitboxen. Ah. Das Material können wir immer gut gebrauchen. Immer her damit. Immer her damit. Also hier waren wir noch nicht. Definitiv. Was ist das? Ohohohoho. Was sieht da böse aus? So, was müssen wir hier reparieren? Woher kommt diese Reparatur? Diese Reparaturanzeige? Ach so. Aha. Das hier liegt also im Außenbereich. Gut. Dann haben wir hier noch kaputte Festplatten. Das ist sehr schön. Dadurch bekommen wir höchstwahrscheinlich wieder Metall. Gitter. Gitter. Hä? Hey. 1534. Ich glaub, wir haben den Code. Ich dachte, hier liegt nur so Kram rum. Wisst ihr? So. Material. Was führt zum für zum Verbrauchen so. So. 1534. Finde ich sehr gut. So ein Ballistik-Labor. Der muss... Ah, da muss man ein bisschen was zu holen. Leider. Okay. Hier gibt's nix. Hier haben wir Beobachtungslounge. In was die sich verwandeln können. Aber hier scheinen sie sich im Moment nicht verwandeln zu können. Als wenn die irgendeinem Störfeld ausgesetzt. Sonst würden die sich das doch nicht nehmen lassen, sich dazu verwandeln, oder? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber... Tag des Vorfalls, 21. Oktober 2039. Angestellte Lill Morris. Beschreibung der Recycler-Landung. Explosiert den Reichweite meines Fußes. Oh, das ist cool. Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun fein sauberlich zu einer Kugelkomponenten. Die sich vor sich sehen. Also passen Sie gut auf. Ah, ja. Okay. Das war also mal dein Fuß. Dankeschön. Für diese Spende für die Wissenschaft. Alles für die Wissenschaft. Was haben wir denn hier? Ballistik. Kann man öffnen? Klar, Logo. Na, Logo. Wir können aber schon mal ein paar Recycler-Ladungen mitnehmen. Dann können wir die beiden da drin recyceln, auch wenn es unsere kleinen oder sehr entfernten Cousins und Cousinen sind. Ich bin nämlich immer noch... Das brennt mir echt. So von wegen, wie lösen die das auf? Wie löst Arcane Studios auf, dass wir ja eigentlich da... Da sind wir ja so ein Vieh. So, zack. Das müssen wir uns angucken. Das nimmt ein Handy raus und... Schmock. Cool. Dann können wir das Ding jetzt auch öffnen. Und dann können wir uns die Recycled-Materialien besorgen. Recycling. Das ist so doof, wenn man da drin steht und da kommt dann einer rein. Und... Ah, guck mal. Und, ähm... Das lasse ich auch immer außer Acht, dass wir ziemlich tief krauchen können hier. Also krufen. Robben. So, gut. Ähm, ja. Was ist unsere eigentliche Aufgabe? Black Box, ne? Die Black Box ist da oben. 17 Meter. Wir kommen... Warte mal. Schaden. Das wäre natürlich cool, ne? Jetzt hier oben irgendwie so eine Luke entdecken. Und dann da rufklettern. Aber... Scheint nicht so zu sein. Okay, dann müssen wir halt Vorlieb nehmen mit den Viechern, die hier so rumhängen. Ähm, eventuell dafür mal kurzfristig das Leben ein wenig erhöhen. Dann auch noch unsere Psy-Stärké. Und... Ja, das war's eigentlich, oder? Ah, eine vernünftige Kraft noch auswählen. Haben wir. Sollte reichen, Freunde. Sollte reichen. Müssen irgendwie nach oben gelangen. Das heißt hier, aber keine zwei... Doch, ist ja nur eine, ne? Gut. Oh, wie liegt denn hier? Mio Okabe. Okay. Noch direkt ein paar gute Sachen dabei. Und ein Transcribe. 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 So, und du bist... Wisst ihr was? Das machen wir mal. Bomben wir in die Luft hören, uns aber jetzt erstmal den Kram an. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... Ähm... Alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an? Ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Was war das? Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Ich muss weg. Was? Ich muss weg. Okay, ich guck mal eben hier auf die Karte. Krass. Ähm, Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Ich denke, wir müssen in die Werkstatt und wenn wir Glück haben, dann kommen wir hier sogar durch. Ja. Bingo, Bongo. Bingo. Bingo, Bongo. Ich hab dich gesehen. Ich weiß, was du hier bist. Ich weiß nur nicht, was du hier bist. Warum hat der das nicht erkannt? Hab ich irgendwie so'n... Wir finden sie besser Filter raus, äh, genommen? Könnte sein. Einfach mal auf alles schießen. Oh. Wollen wir mal eben Licht an. Ah, du bist es. Gut. Ja, hätte ich machen können. Ja. Ich hab ja noch darüber gemeckert oder mich darüber pikiert, dass ich zu wenig mit der... mit dem Environment, also mit der Umgebung agiere. Aber hey, wenn ich jetzt hier in diesem Tunnel mal so eben diese Flasche in die Luft gejagt hätte, glaube ich nicht, dass wir da so ganz ungeschadet dran vorbeigekommen wären. Oh. Oh, eben Licht aus. Wo sind wir denn hier? Kommt mir bekannt vor. Kommt mir sogar sehr bekannt vor. War das nicht da, wo wir... Da hinten müssen wir hin. War das nicht da, wo wir, ähm... diesen Satelliten gefunden haben und den wir halt auch wieder hergestellt haben? War das nicht da? Ich glaube, ja, ne? Okay, dann müssen wir ja zurück oder hier mal quer rüber. Alles klar. Ja, ist aber genau hier, ne? Mit dem Satelliten. Ja. Alles klar. Dann machen wir mal da rüber. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020